Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate und äh ne ich äh hätte jetzt gerne neue Fähigkeiten äh hier habe ich Fähigkeiten, Schlösserknacken, Einschüchterung oh kostet zwei vielleicht schon eins kostet auch zwei das ist doch bescheuert äh wenn sie ihr Kumpel den Gegner an den Rand des Todes okay ähm ich nehme erstmal Gesundheit so und die kosten dann zwei das ist doof das liegt zwei kosten sonst würde ich mir ja jetzt sofort ach warte mal und die hat ach Mist die hat noch nichts da aber die kann auch mal den Beute Takedown gebrauchen und äh das Ding wir haben jetzt ein neues Level erreicht jetzt habe ich wieder nur eines bedeutet ja ich nehme mir noch das Gesundheits Upgrade und dann spielen wir Eevee ja super Super die 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 das die die Nein, nicht die Zunge raus. Wo willst du so schnell hin? Das ist schlecht. Polizei. Das ist schlecht gewesen. Da ist das erste ganz schön in die Hose. Aber so richtig. So, das ist mein Kopfbild. Das ist mein... Nee. Wer ist denn jetzt mein... Ziel? Hier ist nicht mein Ziel. Und die beiden Polizisten... Habe ich den etwa umge-eatet? Mal. Ja, 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 ja. Ist egal. Das muss ich machen. Ah, warte mal. Habe ich den jetzt? Ich weiß nicht. Habe ich den jetzt umge-eatet? Wäre scheiße, wenn ich das gemacht hätte. Ja. Ja. Ladies, Damen und Herren, step over here and have a look at all my wondrous way you! Good boy! What's going on? Ernsthaft? Ich möchte doch einfach nur den Typen da finden. Ach, der Typ ist das. Okay. Da muss ich an ihm muss ich dran. Hm. Hm. Aufspüren, ja. Ähm. Alles auffüllen, 200. Ah. Kann man machen. Sie haben einen guten Geschmack. Oh, schau sie doch mal rein. Ich habe etwas, das sie interessieren könnte. Was will die denn hier? Was war's für dich? Scheiße. Ja. Ja. Haha, versuch doch mich zu kriegen. Haha, versuch doch mich zu kriegen. So. Und jetzt glaube ich wieder zurück. Ja. Ach, wie schau sie da? Ach, ach, ach. Ach, ach, ach. So ein paar Attentate. Und jetzt einfach abhauen. Nein! Das ist schlecht. Aber. Ich habe jetzt immerhin alle Leute abgehängt. Jetzt muss ich nur noch diesen Typen da bekommen. Da ist er doch. Dann habe ich jetzt die erste Mission, die zweite Mission so ziemlich verkackt. Aber egal. Furie. Ich bin die Furie. Die nicht kommen. Hallo? Jetzt muss ich mit dem durch die Gegend laufen. Aua. Aua. Scheiße! Boah, ernsthaft? So, jetzt kann ich dich aber aufheben, oder? In ein Fahrzeug legen... Ich kann ihn in kein Fahrzeug legen... Legen sie den... Achso, ich muss den einfach nur ablegen... Gut, ich versuch's mal mit dem hier... Ne... Ernsthaft? Oh nein! So... Dich muss ich wieder tragen... Ich frag mich, wie ich ihn in ein Fahrzeug legen kann... Ne, 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 ne... Leg ihn doch einfach rein! Nein! Ist das deren Ernst? Nein! Nein! Aufheben... Die haben auch wirklich Probleme... Nimm mal langsam! Ich krieg dich! Ich sollte mir das ansehen! Nicht gut! Gib auf, bevor es zu schmeckt! So, ich möchte diesen verdammten Typ einfach tragen und da hinbringen, ja? Ich weiß nicht, wie lange das dauert, da ich das nicht in ein Fahrzeug ablegen kann. Wieso auch immer. Aber es ist mir jetzt auch egal. Ich laufe jetzt dahin. Ich schneide das wenn möglich raus. Och, ne, ne? Einmal hier durch. Schön weiter. Hier einmal um die Polizei rum. Och, ne. Aua. Einfach nur weg mit dir. So, aufheben. Und weiterlaufen. Boah. Ach so. Boah. Ist euer Ernst, dass ich hier nicht durch kann? aber... Einmal ablegen. Und... Und... Boah, scheiß drauf. Ich laufe jetzt... Ich hoffe, dass es da für ein Patch gibt. Ich hoffe, dass ich noch die Patches noch nicht installiert habe. Sonst weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich habe jetzt 20... Ja, ich bin jetzt gerade bei Minute 18, aber ich habe 20 Minuten gebraucht, um das Zeug hier durchzubringen. Ja. Ja. Ach, ich bin halt zu lange durchgehalten. Ich schlitz dich auf! Hast du dein Testament schon gemacht? Oh! Oh! Ah! 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 So. Aufheben. Boah, ist das dein verdammtes... So. Ich möchte den Typen... ...abliefern. Wir können froh sein, dass er hinter Gittern ist. Danke. Alter, meine Kleine! Gut. Oh mein Gott. Wenn sie Sympathisanten helfen, steigt ihre Sympathisant der Rocks gegenüber. Äh, ja. Da finden sie Sympathisant in London. Okay. Das habe ich fertig gemacht. Jetzt muss ich noch die machen und dann bin ich mit Whitechapel fertig. Oder? Würde ich so sagen. Naja. Dann, äh... ...würde ich sagen... ...bis zum... ...Bullness Level 2. Wir sind Level 2. Bis zum nächsten, oder? Stopp, 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 stopp. Ähm... Kann man hier noch irgendwas machen? Ja, ich geh noch... Ich geh noch zur verschlossenen Tour. Ja? Und versuch die Truhe zu knacken. Ernsthaft? Ein Verlaufen. Wie viele Kisten müssen wir noch verteilen? Nur etwa ein bisschen, Sir. Excellent. Wie bald sind alle Brighters in London bis an die Zähne bewaffnet. Diese Freie ist hier. Keine Puller in Sicht. Leben kommst du hier nicht wieder aus. Sie! Komm zurück, Whitechapel! Sie soll bluten! Und Leid überwachsen! Los! Zeig ihr, wer die Hosen anhat! Was? So. Ich möchte... Mein Gott, ich möchte das Schloss knacken. Jetzt muss ich nur aus dem Geek fliegen. Ja, so lange kann ich warten. So. Ah, Temp-Najag abgeschlossen. Okay. Schön. So, da haben wir wenigstens zwei Missionen geschafft heute. Und deshalb würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal.